Ja, dieses Video, das ist für alle Kunden und für alle, die gern Edelmetalle daheim haben, also gern, ja, sich ausliefern lassen. Ich zeige euch heute einen neuen Gold-Shop, nämlich den von unserem Partner, der Auvesta und ich zeige euch deshalb, weil wir nämlich, weil dieser Shop extrem gute Konditionen hat, also für viele Anleger extrem interessant sein wird in den nächsten Jahren und vor allem, weil ich auch zwei Gutschein-Codes habe. Wie er an diese Gutschein-Codes kommt, das zeige ich euch ganz am Schluss vom Video und jetzt lasst uns mal kurz starten. Also ein großer Teil unserer Anleger, die lieben und genießen die Vorteile von einem Zollfreilager, also beispielsweise Silberplatin und Palladium, dort umsatzsteuerfrei zu kaufen. Das führt nämlich dazu, dass man einfach mehr Ware fürs Geld bekommt und gerade im Zollfreilager, wo es um den Vermögensaufbau geht, ist das absolut sinnvoll. Die Kunden haben aber trotzdem meistens Edelmetalle daheim, sogenannte Notgroschen, der auch eine ganz andere Funktion hat, wo man sagt, ich bin bereit, vielleicht ein bisschen mehr Programm zu zahlen, weil ich dafür schöne Münzen habe, die ich ja wirklich ausgeben kann, wenn die Welt zusammenbricht. Wir hoffen es nicht, aber trotzdem ist es immer schön, wenn man Edelmetalle daheim hat, wenn man sie anfassen kann und deshalb ist auch dieser Shop einfach nur die logische Konsequenz, dass man einfach der führende Edelmetallhändler, wenn es um Goldsparpläne geht, auch einen Shop hat. Die Kondition zeige ich euch mal kurz, weil ich finde die schon sehr, sehr gut. Also schauen wir uns hier in Herreos Bahn 1 Gramm an, haben wir hier 60,04 Euro. Wenn wir hier nochmal zur Konkurrenz gehen, also bei der Regussa, gleicher Tag, sind wir bei 61,90 Euro und bei ProAurom sind wir bei 61,50 Euro. Das ist nur mal, dass ihr seht, okay, die Preise hier sind wirklich attraktiv, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Kilobo, Barren und sonst was machen, dann seht ihr, da wird dieser Unterschied einfach nur noch deutlicher. Ja, ansonsten, der Shop hat eigentlich alles, was das Edelmetalle Herz begehrt. Also die Barren, Gold, Silber und Platin Barren, die sind von der Firma Herreos, also die Avesta Kunden kennen das ja, LWMA zertifiziertes Gold, Silber und Platin und Münzen sind auch die großen Namen dabei. Das heißt, hier bekommt man wirklich, gerade für den normalen Anlieger ist hier eigentlich alles drin, was man braucht. Für diejenigen, die Sammlermünzen oder spezielle Prägungen haben wollen, ja, die müssen noch ein bisschen warten, bis das Angebot hier ein bisschen breiter ist, aber ich sage mal, mit American Eagle, Britannia, Kangaroo und so weiter ist eigentlich alles da, was so der normale Anleger braucht und wünscht. So, ich habe jetzt noch zwei Gutschein-Codes dabei für alle unsere Kunden und die es noch werden wollen. Einen Gutschein nämlich, den ihr einlösen könnt, ab 3.000 Euro. Dort bekommt ihr 0,5% als Rabatt. Wenn ihr unter 3.000 Euro bestellt, dann haben wir einen Code da, wo ihr den Versand kostenlos bekommt. Diese Codes schicken wir euch zu, wenn ihr uns eine kurze Mail schickt. Dann schicken wir euch die zu. Unsere Mailadresse werde ich hier unten verlinken. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Shoppen. Und ja, wer Fragen hat, meldet sich einfach. Und ja, wer noch keinen Goldsparplan hat, der kann sich auch noch melden. Es wird höchste Zeit. Dass wir auch Edelmetalle nicht nur daheim lagern, sondern vor allem in der Schweiz, wenn wir uns anschauen, was gerade so wirtschaftlich, finanziell und gesellschaftspolitisch alles passiert, schadet es auf jeden Fall nicht auch in der Schweiz ein kleines Vermögensstand bei uns zum haben. Für die Edelmetalle daheim nutzt diesen Job. Bis dann. Ciao.